Hä? Was ist das denn? Das ist ja richtig cool. Das ist ja cool, Leute. WTF. Hallo, Leute, und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Heute mal Mario Party, den Server, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Ich hab das gerade in 4 gewürfelt. Ich hab das noch nie gespielt. Gum Game, cool. Ich kenn das nur von Paluten, Leute. Und wir legen auch sofort los. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich probier das aber heute hier mal aus, wie das so ist. Ja, Gum Game, ja, schön. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, oh. Oh nein, Gum Game ist nicht mein Liebensspiel. Ähm, kann man hier mehrmals sterben oder nicht? Hallo. Ach so, Leute, wenn's auch mir laggt oder so, oder vielleicht ein anderes Texturpark heute ist, keine Ahnung. Ich, ähm, upsala, gestorben, okay. Okay, ich kann euch das gleich mal zeigen, Leute. Ähm, ich hab immer noch das Mindsor-Pack drin, aber das ist, ich bin in der anderen Version, Leute. Im Normalfall durfte ich das gar nicht drin haben. Ähm, ich will euch das gerne mal zeigen, Leute. Und zwar, hier, Leute, hier ist alles rot, weil ich hab nur 1.8 Personen. Hab ich ja gerade einen Bogen gehört, alles klar. Äh, und ja. Mal gucken, ich fläche gewinne. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab das in R... Ich bin überhaupt zuerst im Mai auf diesem Server. Hab das einfach bei Paluten gesehen. Der IP von diesem Server ist in der... Platz 6, okay. Ähm... Der IP ist in der Videobeschreibung, Leute. Weil die IP ist nicht Mario Party. Und... Ja, ui. Ui, die 5. Ui, ist das gut? Ich weiß es gar nicht, aber egal. Man muss auf jeden Fall... Steinfeld 9 von 53. Ich weiß gar nicht, wie das hier so ist. Was ist das überhaupt, was ich in der Hand habe? Übersicht. Achso. Okay. Wenn das auf jeden... Was ist das denn jetzt hier? Oh nein. 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 Ich weiß, was das, glaube ich, ist. Ich kenn das alles von Paluten, Leute. Ähm. Oh mein Gott. Mit Sprint. Hoffentlich werde ich es schaffen. Ich hab das noch nie gemacht, Leute. Achso. Da müsste es eigentlich springen. Jetzt bin ich ganz schön zurück. Hoffentlich werde ich... Ui, 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 ui. Nein. Sorry, Leute. Äh, ich hab... Hallo. Sorry, ich hab ne Nachricht grad bekommen. Oh mein Gott. Scheiße. Hallo. Hallo. Achso. Mann. Scheiße, stell ich mich blöd an. Wie ich auf jeden Fall weiß, man muss auf... Oh mein Gott. Man muss auf jeden Fall der Dritte sein, wie ich das kenne. Also wie ich... Oh. Nein. Wie blöd bin ich denn jetzt? Ach man, ja. Erster Blatt, zweiter, dritter. Ach man. Egal. Und... Fahm. Nein. Die zwei. Fuck. Wenn euch gefällt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ähm. Da wird auf jeden Fall wieder sowas kommen. Mario Party. Ich wusste heute noch nicht, was ich heute so aufnehmen sollte. Was ist denn die Übersicht? Achso. Das ist das. Sinter. Ist auf Feld 11. Braucht 42 bis zum Feld. Hä? Okay. Was ist das jetzt hier? Äh. Heiße Kartoffeln. Hä? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht mal von Paluten, ne? Was muss man hier machen? Was ist das? Scheiße. Ja, Leute. Ähm. Ich weiß das jetzt bestimmt öfters aufnehmen. Spielen. Zocken. Da werde ich mich mal besser so mich erkundig machen. Ich weiß nicht, was das ist hier. Was ist denn das hier? Verlängerung. Hä? Wie sehe ich denn eigentlich aus? Achso. Okay. Ich dachte, ich habe so einen TNT auf dem Kopf. Wie der da? Ich weiß gar nicht. Habe ich gerade irgendwas gemacht? Sorry, Leute. Wenn ich mich so ein bisschen blöd anstelle gerade. Muss ich dich so schlagen oder was? Ich habe ja Sprint. Muss ich hier dich schlagen oder wie? Oder was? Ihr könnt auch mal in den Kommentar schreiben, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Da werde ich mich dann nochmal erkundig machen, wie das so geht und so. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Man kann aber auch nicht alles verstehen. Und ja. Mal gucken, was ich jetzt werfe. Und farm. Fuck. D2. Und farm. Leute, 4. Alles klar. Ähm. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt weiter erkundig noch machen, wie das jetzt hier so läuft nochmal und so. Äh. Was? Ich habe es gerade nicht hingeguckt. Sorry. Was stand denn da jetzt gerade? Achso, steht nochmal ein Text. Äh. Minnen. Minnen Gefecht. Was? Minnen Gefecht. Äh. Das kenne ich auch. Das habe ich schon mal von Paluten hier gesehen, aber ich weiß nicht. Was ich... Ach. Ah, okay. Achso, wenn es vielleicht laggt oder so. Ihr seht, ich habe keinen Optifine drin. Das ist doch, Leute. Ah. Hallo. Ich werde hier auf jeden Fall bestimmt verlieren. Ich habe den Tee. Weil ich merke es auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen laggt immer. Ach, hier kann man. Aber ich habe noch keine... Ich habe noch keine gute Rüstung. Oh. Oh. Da da. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, fuck, Leute. Scheiße. Ja, da bin ich gar nicht gut da drin, ne? Muss ich jetzt hier warten oder kann man schon rüber gehen? Irgendwie ist es überwicht. Okay, muss mal warten, okay. Platz 13. Ach, das ist schwach. Aber das ist ein erstes Mal, Leute. Ich bin so ein erstes Mal auf diesen Servern. Das ist ein erstes Mal. Mario Party hat jetzt hier gespielt. Ich kenne das noch von YouTube. Und... Ui. Die 5. Okay. Und... Ja, da weiß ich einfach noch nicht so... Bossfeld. Hört er zurückgesetzt. Drei Felder wurde ich zurückgesetzt. Hä, warum? Hä? Egal. Heißer Boden. Ah, das kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Leute, das kenne ich. Hier muss man sich immer bewegen. Das ist so wie TNT1, glaube ich. Zumindest. Gehen die Blöcke hinter mir weg? Die gehen doch gleich hinter mir weg, oder? Oh, es geht los. Oh, es geht los. Oh, 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 oh. Das ist, glaube ich, hier Palutenspiel. Hier ist Palutennummer sehr, sehr gut. Aber ich würde hier auf jeden Fall am schnellsten verkacken. 100%. Besonders, weil es laggt heute. Aber sorry, Leute. Nochmal dafür. Äh... Ui, ui, ui. Okay. Nein! Fuck! Weil die hat mir der... Oh, ich kann nicht mal zoomen. Weil dieser hat mir meine Blöcke unten weggenommen. Ach, Mann! Mann, ich kann nicht mal zoomen. Leute, das ist ein bisschen blöd, finde ich das. Aber ich finde das richtig cool. Oh, der hat es verhauen, der da. Glaube ich, der da war das. Ich finde es ein bisschen doof, äh, weil mein Optifine irgendwie weg ist. Aber egal, Leute. Äh... Vier. Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das... Keine Ahnung. Überhaupt mein Skin. Leute, wie nennt sich der hier, der Skin? Nein, ich weiß gar nicht, das heißt Super Mario, aber ich hab früher sehr oft, äh, sehr oft, ähm, Super Mario gespielt, weil das auch ein beliebtes Spiel war. Ich hab das auch gefeuert. Was? Was muss ich denn hier machen? Äh... Nein, oder? Wie wird jetzt was vor... Nein! Oh, fuck. Oh, fuck. Ähm... Leute, Hilfe. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich loslegen soll. Gehilft. Nein, ich bin hier gar nicht... Ich bin hier richtig schlecht. Kann ich hier vorfliegen? Okay, eins, zwei... Es sind zwei... Äh, ich kann nicht zoomen, das wäre ein bisschen geiler, wenn ich... Ne, hier... Hä, ich wollte aber einen schwarzen Block... Achso, der hat da braun... Ah, das ist braun, das sieht so wie schwarz aus. Okay. Ähm... Hä? Was war das? Hä, das ist ja unfair! Warte mal. Bam, bam, bam. Achso, das geht ja weg! Eins, zwei, drei sind das nur. Dann mal hier so ein... Leute, ich muss mich nicht mehr beeilen, sorry. Äh, ähm, so. Ne, hier so ein grauen hin. Bam und bam. Jetzt wieder... Bam. Wie viel nach oben? Zwei nochmal jetzt so. Grau hier. Zwei nach oben, eins, zwei. Und eigentlich nur so und so. Und dann hier schließen. So, jetzt habe ich die Umrandung. Hier muss ein... Zwei-Felder. Ah, hier ist ein Fehler. Und da laufen so. Genau. Äh... Zwei. Danach... So schwarz. Bam, bam, bam. Hey! Hey, Leute, das geht doch viel zu schnell. Oh mein Gott, wie schwer das ist. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ne. Doch. So, wenn... So, wenn. Oder nicht. Hey, was mache ich? Also... Ach so, okay. Okay, ich habe es gesehen. Das sieht man von hier unten nicht. Ja, Leute, weil ich nicht zoomen kann. Und das sind immer so zwei oder was. Ähm... Bam. 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 Sorry, Leute. Äh... Ach so. Ach so, okay. Ich habe es verstanden. So, so. Jetzt habe ich schon mal das. Und das andere erst mal. Ich bin immer so langsam. Dann hier oben gibt es drei oder... Vier. Das kann doch nicht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hä? Da müssen sie doch aber mehr Zeit geben. Okay. Ah, lässt. Lass. Uh, ne sechs. Uh, war das gut, Leute? Ich glaube schon. Oh. Ähm. Äh, Übersicht will ich mal angucken. Fünf. Brauche 24 bis zum... Brauche noch 24. Der braucht 17. Okay. Äh, was ist das denn? Kann der mir nicht sowas geben, was ich auch kenne von Paluten? Was muss ich hier machen? Los geht's. Äh. Ach so. Hey. Hey. Hä? Hä? Was ist das denn? Das ist ja richtig cool. Das ist ja cool, Leute. WTF. Das ist hier, äh, Stuhlsitzreihe hier. Oder wie man das auch nennen tut. Jetzt sind zwei Leute noch drinne. Und ein Wagen kommt noch runter. Mal gucken, wer jetzt es macht. Ey, das ist ja richtig cool, muss ich echt mal sagen. Und. Und. Der hat's. Der hat verloren. Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Egal. Mal gucken, welche... Was ich jetzt werfle. Und fam. Ah, eine 4. Ach, Mann. Welches Feld bin ich? Mal, äh. Dein Feld. 33. Ah, der eine... Mein Partner ist weg. Ich hab keinen Partner. Mh. Übersicht. Äh, ich brauche noch 20 Felder. Ich bin auf Feld 33. Okay. 20 Felder noch. Muss ich noch vorrutschen. Okay. Alles klar. Nein. Nein. Das habe ich gestern von Paluten aus gesehen. Hier bin ich gar nicht gut. Okay, Leute. Jetzt... Jetzt muss ich ruhig sein. Okay. Okay. Schon vergessen. Okay. Nein. Habe ich geschafft. Okay. Perfekt. Anstrengend. Überlegen. Das ist Kopfsache. Okay. Bam. No, bam. No, bam. Und bam. Okay. Das war noch einfach. Das ist noch einfach, Leute. Aber es wird ruhig schwer. Ich habe das bei Paluten gesehen. Äh. Bam. Bam. Scheiße. Fuck. Mann. Ich wusste es nicht mehr. Kann ich das nochmal machen? Oder bin ich raus? Ich bin raus, oder? Ja, ich bin raus. Ach, Mann. Mann. Leute, hier kann man mal gucken, wie schwer das nochmal wird. Das ist richtig schwer. Das geht so lange, bis alle ausgeschieden sind. Okay. Das war aber mal cool. Also, das gefällt mir wirklich, das hier. Okay. Da saß gerade Super Mario. WTF. Und fam. Uh. Schon wieder eine 6. Nice. Voll geil. Und das geht so lange, bis, ähm, ein Spieler auf, uh, der braucht ja nur noch 3 Felder, bis auf Feld 1 ist. Ich brauche noch 14, der, was? Der braucht nur noch 3 Felder? Oh, fuck. Scheiße. Egal, Leute. Was ist das jetzt hier? Oh, das ist das. Okay, 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 okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm. Hä? Leute, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Hä? Bin ich... Leute, bin ich jetzt nicht so blöd, oder was muss ich hier machen? Muss ich hier die Lärte? Hä? Hä? Leute, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin auf dem letzten Platz. Hä? Muss ich hier irgendwas... Warte mal, warte mal, warte mal. Aha, ich muss die Ta... Ich muss... Muss ich... Ich weiß noch nicht, was ich so klicken muss. Nein, ho, 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 ho. Muss ich die Leertaste auch klicken? Also Maustaste muss man da irgendwie klicken. Oh. Leute, ich habe das wirklich noch nicht raus. Es tut mir leid. Naja, zweiter Platz wurde schon reingemacht. Hä? 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 Okay. Scheiße, das ist mir jetzt so peinlich. Oh mein Gott. Und Sex. Uh, jetzt habe ich ja wirklich schon noch Sexen. Fuck. Geilo. Übersicht, wenn wir die Übersicht sehen. Hä? Aber das ist mir jetzt wirklich peinlich. Ich... Okay. Der hat gewonnen. Äh, ich beleg fünfter Platz. Richtig nice. Aber immerhin, fünfter Platz, Leute. Immerhin, immerhin, immerhin. Oder wartet mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, Leute. Und dann werde ich fünfter Platz. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht neuner Platz, Leute. Okay. Okay. Äh, hat richtig viel Spaß gemacht, Leute. Ähm, ihr könnt ja gerne mal auf diesen Server hier vorbeischauen. IP findet ihr in der Videobeschreibung, Leute. Oder steht jetzt ja auch an der Seite da. Wann ist das, glaube ich, die, ähm, IP zu diesem Server? Weiß ich nicht. Und hier ist dann Mario Party, Leute. Ich finde das richtig geil. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr es gefeiert habt, dann lasst unbedingt ein Like da. Und, ähm, schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt weiterhin informieren. Und das Zocken. Ich dann in der nächsten Aufnahme, wenn ich das Video aufnehme, wüssten ich besser bin, Leute. Ihr könnt ja mal, wenn ihr mit mir aufnehmen wollt, ihr könnt auch gerne mich bei Twitter auf Privat anschreiben, Leute. Wenn ihr vielleicht mal, oder bei Skype, die Leute, die kein Twitter haben. Und, ja. Also, Leute, ich würde sagen, macht's gut. Like, cool. Und, ciao, Leute. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja.